Niemals geht man so ganz und damit herzlich willkommen zurück in Appalachia. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 76 und ich sage es mal dem DLC Wild Appalachia. Ich bin im Niveau flexibel und schön, dass du wieder dabei bist. Eine Sache, die wir in diesem PSP, glaube ich, gar nicht mehr gemacht haben. Wir waren eigentlich nie zusammen im Camp, dass ich direkt neben der Kupferader gebaut habe und dass ich weiß nicht, wie lange jetzt schon noch in der Nähe der Riverside Manier steht. Ein kleines Sightseeing und zwar habe ich mich erschlossen, einen kleinen Schicken Eingang zu bauen. Gleich mit dem Weg nach oben und hier unten alles, was man so braucht, eine Laborstation. Da ist die Power Rüstungsstation, auf die wir wirklich lange, lange, lange gewartet haben. Sollte mal wieder fegen. Die Rüstungswerkbank, Kochstation, die Waffenwerkbank, die Bastelwerkbank und unsere kleine Truhe mit dem kleinen Vault Boy und oben. Ja, schicke Aussicht. Ein kleines Schlafgemach mit dem kostenlosen Wecker aus dem Atomic Shop. Einem Poster des Mottenmanns, auch wenn wir ihn sonst nicht gesehen haben. Und ein kleines Voltec-Zeichen. Und hier draußen, ein kleiner Generator, lecker Feinstaub. Und zum Entspannen, mit Aussicht auf Geschütztürme. Dem Geruch von Diesel. Ist das noch ethisch korrekt, wenn ich das überhaupt so sage? Naja. Und einen kleinen Rundumweg. Einmal kurz gucken, geht es dem Geschützturm noch gut? Jawohl. Dir auch. Und dir auch. Warum sind wir hier? Wir sind da, weil das neue DLC Wild Appalachia erschienen ist. Und wir können dieses DLC starten, indem wir ein Poster anbringen. Und das mache ich jetzt. Mal schauen, wo das ist. Sonstiges. Ne, Wanddekoration. Das wäre zu einfach gewesen. So, schau mal. Das ist der Mottenmann. Und in diesem Poster beginnt Wild Appalachia. Dann gucken wir doch mal. Rabimmel, Rabammel, Rabumm. Dann lesen wir das noch mal. So, und wir haben eine sonstige Quest. Wie du siehst, habe ich alle anderen Questreihen aus dem Pip-Boy erstmal verbannt, dass wir sie nicht sehen. Und wir haben eine sonstige Nebenquest. Nimm an der Verbindungsparty teil. Einmal kurz gucken, wo die ist. Die ist in Morgeltown. Ein bisschen weit zu laufen. Herrlich, Apalachia. Und auch jetzt wird es so laufen, dass wenn wir Ladebildschirme haben, dann werde ich die rausschneiden, damit wir ein bisschen mehr von diesem Let's Play haben. So, ich esse eine Kleinigkeit, trinke eine Kleinigkeit und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zurück in Morgentown und zurück an der Universität. Hier waren wir lang nicht. Und guck mal, was oben rechts gestartet ist. Welches Event. Stahlherz ruft uns. Und, ähm, ich dachte mir, komm, wenn wir schon mal wieder in der Stadt sind, dann besuchen wir den kleinen Roboter doch mal. Vielleicht hat er ja heute Lust, ein bisschen länger mit uns unterwegs zu sein. Wer weiß. Hey. So, ja, Hallöchen, alter Freund. Wie geht's dir? Alles klar. So, aktiviere Stahlherz. Dann machen wir das nochmal. Waffensysteme online. Waffensystem wird geladen. Initiere Patrouillenroutine. Achtung, Bürger. Verlassen Sie bitte umgehend den Bereich. Responder Einsatz läuft. Gefahrenstufe hoch. Bitte melden Sie verdächtige Raider Aktivitäten an die Responder. Konfrontieren Sie die Raider. Nicht auf eigene Faust. Ach, Stahlherz. Ich war damals schon ein bisschen sauer, dass du einfach wieder zurückgegangen bist. Bitte erwägen Sie anderen Hilfebedürftigen beizustehen. Spenden Sie überschüssige Vorhäte an die Responder. Nähe Sie Bedingungen und geben Sie sich nicht erkennen. Rechtschaffenden Bürgern wird kein Verhältnis geschehen. Feindliches Ziel identifiziert. Lage, Normal, Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Mhm, als wenn du das warst. Kommen Sie zur Responder Basis am Flughafen Morgentown, um Vorräte und Waren einzutauschen. Und er redet viel. Und gerne. Und überhaupt. Werden Sie Mitglied der Freiswaffen Morgentown. So, nochmal kurz gucken, was er dabei hat. Mal, Mensch, kannst du mal halten. Stahlherz, ich komme. Bin da. Ich räum schon mal ein bisschen auf. Vielleicht. Die Responder suchen derzeit nach freiwilligem Fürs- und Erbsmittel-Versorgung begeben. Sieh sich zum Flughafen Morgentown. Da waren wir schon. So, lose Schrauben von Vorräte und Schießprogramm M1. Alarmsystem entdeckt. Initiiere Ferninterface. Interface gesichert. Starte Testroutine. Achtung, Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Bitte sicherstellen, dass diese Einheit nicht beschädigt wird. Das kriegen wir hin. Machen wir ruhig ein bisschen Krach. Das ist überhaupt kein Problem. Und bereit für die Nutzung. Schloss entwiegelt. Begebe mich zum nächsten Zielort. Kannst du machen. Ich muss noch einmal kurz gucken. Holzlappel. Vielleicht brauchen wir nicht. Die kann man mitnehmen. Die kann man mitnehmen. Die kann man mitnehmen. Und hinterher. So, bis hier sind wir ungeteilt gekommen. Das muss man ja verstehen. Das sind ein paar. Level 5 und 40. Sicherheitsabstand halten. Was ist denn? Hat ja auch Sicherheitsabstand. Der Responder läuft. Sie sind ein paar. Bis hier sind wir! Alles okay. Nein! Nein! Konfrontieren Sie die Raider! Nicht auf eigene Faust! Mein lieber Stahlertz, wo willst du denn hier? Machen Sie die Welt besser! Werden Sie Mitglied der Respondert! Ich dachte, wenn du aufgepasst hättest, wir waren schon alles bei der Respondert! Interface gesichert! Starte Testroutine! Ich hab grad bei der Entschuld gerade nicht geschaut, weil wir ja damals schon mal drinnen waren! Diesmal nicht! Aber mach ruhig Krach, das ist überhaupt kein Problem! Ist er fertig? Nee! Feuer! Vorratsraum sicher und bereit für die Nutzung! Schloss entriegelt! Beginne Wartung bei Standortidentifikationsmarkierung! Ich guck doch mal ganz kurz hier durch, ob hier irgendwas ist, was wir sicher dringend haben wollen! Ich gucke gleich, dann nehmen wir mit oder ansonsten irgendwo! Konfrontieren Sie die Raider! Nicht auf eigene Faust! Das ist auch, er macht die Tür auf und man will da rein und gucken, ob man was mitnehmen kann! Und dann haut er einfach ab! Na du! Das ist noch gut, er ist noch! Der ist noch gut kreis, da ist noch mal! Das ist noch! gleich gibt es wieder alarm oder wir brechen in die bank ein okay kommen sie zur responder quasi am flughafen morgentown um vorräte und waren einzutauschen scanner responder notfall vorratsstandort m3 alarm system entdeckt initii ihre ferninterface interface gesichert starte testroutine achtung sicherheitssysteme sind werden noch 30 sekunden wir offline bitte sicherstellen dass also wenn jetzt nicht gerade kommt beschädigt ja Kondobude ich hab nicht mehr zu laden zu lassen Sprengtabschubox klingt gut Vorratsraum sicher und bereit für die Nutzung Schloss entriegelt Beginne Wartung bei Standort Identifikationsmarkierung Das müssen wir auch wieder zurück, sag mal So, vor Kriegsgeld kannst du behalten, was hat denn der deine Hand? Sicher Also eine kleine, sinnlose Begleitfest album im Block Werden sie Mitglied der Responder Was war das mit kleiner Art Moonwalk So, und da ist er wieder zurück im Bottle Shop Ja, super Ja, er hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir das nochmal gemacht haben Die Responder suchen derzeit nach Freiwilligen für Sicherheit und ärztliche Versorgung Begeben sie sich zum Flughafen Morgentown Um das Training zu beginnen Patrouillen, Routine Abgeschlossen Ladezustand niedrig Kehre in den Standby-Modus Zurück Ja, abgeschlossen Das war's Und Die Nacht ist noch jung, wir wollen ja auf eine Party Machen wir mal das, was man vor jeder guten Party tut Man geht nochmal eben zur Bank Da ist nix Baseball, Granate, okay Die Splitterminen, die können wir sein lassen Die haben wir so ein bisschen eigentlich nie genommen Alle, die ich verloren habe Eine Liste Meine Mutter Meredith Meine Mama Patricia Ich weiß, dass sie am Ende wenigstens zusammen waren Mit ihm meine Schwester Und Theo noch mein Schwager Ich hoffe, sie haben es irgendwie geschafft Aber die Bomben fielen ganz in ihrer Nähe Er wäre mein bester Freund auf der ganzen Welt Und sein Hund Pupas Wenn er mir doch nur wieder das Gesicht abschlammern könnte Jessie, mein Ex Wir haben uns Wir haben aus dem falschen Grund Schluss gemacht Ich liebe dich immer noch so sehr Obwohl du jetzt schon so lange fort bist Oh Okay Ciao So Da wollen wir hin Das Häufchen Asche hat nichts mehr Dieses Haus War das schon da? Also war das in der Form schon da? Und war der Schild Monctown High School da auch schon genau so? Hm Ich wollte dich nicht angreifen War die cool? Sorry Sorry Ich wollte dir helfen Jo Dann gehen wir ins Keehaus mal rein Oder hat sie den Kampf jetzt angenommen? Ja Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Das heißt wir sind jetzt gesucht Das heißt Da steht jetzt gesucht Wir und Verdammt Gehen wir mal schnell rein Abgeschützt auf Nukerscheine Findet den Ursprung Eines gefährlichen Eines gefährlichen Stärkenden Getränks Untersuche was die Partygäste getrunken haben Oh Gott wir werden Das machen wir jetzt Ich hoffe da kommt jetzt nicht gleich so ein Flashmob rein und haut uns um Alles ist möglich Räumungsnachricht Wir haben mehr Zeit Voltec University Office of the President to Peacopper Mugreek Society This noticers final warning to vacate the premises of the Peacopper Also raus mit euch Auf kurz Das hat Bethesda in der Tat schon angekündigt Dass es sein kann Dass ein paar Sachen noch so Oh geile Party Alter Dass es tatsächlich sein kann Dass ein paar Inhalte noch auf Englisch sind Obwohl wir Deutsch eingestellt haben Alter was ist hier los Heute mal ein bisschen brutaler Ja der schreit nach dem Foto Moment Einmal das auch Ich guck mal auf die Karte Level 96 der ist weit weg Level 9 Und da ist Buddy wenn du das siehst Ich wollte dich nicht angreifen Ich wollte dir den Gul vom Hals schaffen Und Dann hast du angegriffen Das tut man nicht Ja Oh Gitarre Können wir nicht Wir haben ja ein paar Rüstungen tragen Ich meine das ist halt der PvP Modus Der bei Fallout 76 so eingestellt ist Dass wenn ich Beschossen werde und sage Nö lass mich doch in Ruhe Dann endet dieses im Prinzip ja auch Und man hat ja auch fast keinen Schaden Nur wenn ich dann sage Komm doch her Dann bin ich plötzlich im PvP Und wenn der andere Dann ein bisschen stärker ist Als man selber Dann Alter was war hier los Dann kann man sich halt bekämpfen Bis aufs Messer Und ich gebe zu Da Buddy cool angefangen hat Wollte ich das Achievement haben So Lassen wir uns nicht weiter abschneiden So 45 Ein Globus nehmen wir mit Versuche was die Party Gäste getrunken haben Lose Schrauben werden sie nicht getrunken Ach ja halt Alter was für eine Party war das Ach ich meine sie sind zumindest alle irgendwie glücklich gestorben Also das muss man denen ja lassen Das sind nur die Becher Ne das sind nur Becher Da kann man nix machen Ne Okay Nukerschein alt Trinke eine Flasche Nukerschein Das können wir doch nennen Let's Terminal Also diese Party ist doch eigentlich der Inbegriff von dem Toten Hosen Lied Schönen Gruß auf Wiedersehen oder Ja ich mache hier schon weiter So Teds Terminal Was hast du denn da Schönes Willkommen am persönlichen Terminal von Theolo Partylöwe Dorfman Wenn du das lesen kannst Heißt das dass du dich auf meinem persönlichen Terminal angemeldet hast Lass das Nachrichten Zeug das mir Leute geschickt haben Nicht vergessen Irgendwann lesen Ted Könnten wir bitte die Pläne zum verlegen Das Nukerschein ins P-Haus für deine Party konkretisieren Louis spricht erst wieder mit mir Wenn ich ein Datum festgesetzt habe Und er besitzt als einziger die Formel Übrigens der Witz den die P-Mies Oder P-Mies Über ihn erzählt haben Ist auf uns zurückgefallen Gar nicht lustig Sein Nukerschein wird deine Räumungsparty zum Ereignis des Jahres machen Also keine billigen Späße mehr auf seine Kosten Okay Judy Lowell Empfehlung Ted Es gibt großartige Neuigkeiten Professor O Hat einen Job für mich Sie meinte Ich würde gut reinpassen Allerdings werden für die Praktikumsbewerbung zwei Empfehlungen benötigt Der andere Charlie hat mir eine geschrieben Und vielleicht bekomme ich auch eine von dir Du hast mir ja mal gesagt Schreiben wäre nicht deine Stärke Ich finde aber dass du ziemlich gut kannst Dass du das ziemlich gut kannst Manchmal versuche ich sogar Deinen Stil zu kopieren Meinst du Du könntest ein paar coole Worte über mich verfassen Ich wollte dich persönlich fragen Aber du hattest wie immer einen Kater Das ist krass Hoffentlich siehst du das bald Dieses Praktikum zu kriegen Würde mir und meiner Mutter viel bedeuten Danke Ted Ich habe meinen Namen vergessen Da vergesse ich doch wirklich sowas Wichtiges Bei so einer wichtigen Anfrage Nochmal hoppla Ich habe schon wieder meinen Namen vergessen Ich bin Charlie Ist dir vielleicht sowieso geil Lieber ich dir diese Nachrichten überhaupt hätte Bestimmt nicht Aber trotzdem sitze ich hier und tippe sie Damit du es weißt Ich habe auch eine Empfehlung für Charlie In deinen Namen geschrieben Ich bin zu Pai Kappa Mai Oder Pai Kappa Mi Gegangen Weil ich das Beste aus meiner Studienzeit machen wollte Und ihr wisst besser als alle anderen Wie man die Puppen tanzen lässt Nach vier Abenden mit Abstürzen und Ohnmacht hintereinander Ist mir klar geworden Dass ihr auch nichts anderes könnt Ich bin kein Kind von Traurigkeit Aber die Pai Mais liegen mir am Herzen Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist Weil du ein Arsch oder einfach nur zu dumm dafür bist Also gehe ich Ich will nicht mehr egoistisch sein Sondern der Welt etwas Gutes tun Die Geisteswissenschaften scheinen mit ein guter Anfang zu sein Viel Spaß noch beim Feiern Auf nimmerwiedersehen Daily So, monatliche Mitteilung von September 2077 Also kurz bevor Du weißt schon Seid gerüßt, liebe Pai Mai Brüder Es folgen die monatlichen Neuigkeiten Die sogenannte Leitung der Voltech-Universität Hat einen Haufen vollkommen falsche Anschuldigungen Gegen uns erfunden Weil ihnen nicht gefällt Wie heftig wir Party machen Also Was bedeutet das für euch? Ein gar nichts Wir werfen eure Mitteilung in den Müll Und haben bereits einen tollen Plan Wie wir es schaffen können Mit der Uni nichts mehr zu tun zu haben zu müssen Richtig absolut sicher Danach gehört uns im Grunde genommen Das Pi-Haus Oder das Pi-Haus Wie cool ist das denn, bitteschön? Zweitens Lass uns diesen Monat mal was kreatives machen Wir wollten eigentlich das Ad-Pet-Haus überfallen Aber das ist definitiv abgesagt Also lasst ein paar Ideen rüberwachsen Sollten ihr allerdings Das, was mit dem Feuer zu tun haben Könnt ihr diesmal für euch alle behalten Ähm, was? Allerdings, was mit Feuer zu tun haben Könnt ihr die diesmal für euch behalten Achso Soviel erstmal für diesen Monat Pi-Mais Und nicht vergessen Jeder Tag ist Feiertag Vorschläge zur Staatenveränderung Seidiger Grüßbrüder Es folgen einige Vorschläge zur Statutenveränderung Ich bin mir ziemlich sicher Dass wir vorher keine Statuten hatten Also möchte ich das jetzt ändern Pi-Kabamai Vorschläge zur Statutenveränderung Änderung 1 Außenstände Die müssen wir jetzt bezahlen Ich habe den Deckel von unseren letzten drei Partys umgenommen Was mir ziemlich sauer macht Änderung 2 Okay Aber die Partie sieht das war teuer Keine Streiche bei anderen Pi-Mais oder Pi-Pi-Mais Wie spricht man das aus Es gibt eine Menge Leute Den wir Streiche spielen können Ohne dass unsere eigenen Mitglieder daran glauben müssen Außerdem haben wir alle Hände voll Damit zu tun Unsere Füchse fertig zu machen Wir tanzen auf zu vielen Hochzeiten Änderung 3 Einleitung von Außenstehenden Zu offiziellen Pi-Hausveranstaltungen Das ist zwar im Grunde genommen erlaubt Aber es gelten einfach Grundregeln Eierköpfe, Spaßbremsen, Kämmensüchtige, Schnorrer Und alte Leute haben keinen Zutritt Wir machen hier Partys Und bieten keine Fahrten nach Spießerhausen Änderung 4 Es wird nicht aufs Dach geklettert Ich dachte, das wäre eigentlich klar Aber dank euch Trotteln Muss ich das ja schriftlich festhalten Änderung 5 Noch mehr Sachen aus den Statuten Anderer Verbindungen übernehmen Ich schätze, dass es eher eine Aufgabe war Als eine Änderung Wer dafür ist, kommt zu mir Und sagt Ja oder so Wer dagegen ist, behält es für sich Okay Hallo Dieses kostenlose Hörbuch Wurde dir präsentiert Von EemNiveau Flexible Falls du es gehört hast Trinke eine Flasche Nugaschein Machen wir doch Nugaschein 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 Optional Clear out Partycrashers Oh Hi Gehen wir mal hier runter Autopudoparty Gewissen Nugaschein Keller Alles was du brauchst Du hast einen Jukebox Richtig cooler Partyraum Du hast Billard Oh Oh Die die vorbeifliegt Und ich würde sagen Wir sind irgendwie Auf den Trip Gibt es noch mehr Vorher und Zeug Gehen wir vielleicht mal Auf Auf Nachkampf über Nicht dass wir uns noch Mehr Freunde machen Hier Guck mal Sogar mit Karaoke Und guck mal Lisas Nugaschein Etikett im Inventar Jetzt wird es dunkel Ob wir sind in einem Ladebildschirm Ich habe nichts gemacht Was passiert Kommen wir in ein Paralleluniversum Ja faktisch gesehen Auf einen neuen Server Vielleicht wer weiß Aber Zweiter Ladebildschirm Und was passiert Und wir sind abgestürzt Oh Gott Oh Mann Oh verdammt Wo bin ich Was habe ich getan Kaffee Jetzt mal ernsthaft Wo bin ich Golfbälle Nehmen wir mit Die Plastik Ähm Ach du Schonde Okay Unerwartet Ganz woanders Okay 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 Schon reingeguckt Nee Das ist nix Jo Lies das Nugaschein Etikett im Inventar Klar So ist das unter Notizen Wann wollte ich eigentlich hier mal Also der Nugaschein Etikett Also der Nugaschein Etikett Okay Weiß nicht Worte sind noch Meter oder So da steht Ein Junge Grau und Kalt Also der Vault Boy In dem Fall Der Steps Behind Him Ah the First Das hat also Hinter Hinter dem Vault Also hinter dieser Vault Boy Statue denke ich Meine Vaultic Universität Around the right corner Study the street Also dahinter Rechts um die Ecke Dann ist links Ein Platz An dem wir uns treffen Ding nachher You can stain your skin With ink Also vielleicht ein Tattoo-Studio But find the back door Do we get a drink Ja und da steht An unserer Uni steht Ein Junge Grau und Alt Die Treppe hinter ihm Ist dein erster Halt Hinter der ersten Ecke Schau dir die Straße an Liegst Findest du den Ort Unsere Treffen So dann Dort lässt manch einer Die Haut sich verzieren Wenn du die Hintertür findest Bekommst du einen Drink Also zurück zur Vaultic Universität Dann haben wir es auch nochmal auf der Karte Und Das machen wir gleich Als nächstes An unserer Uni steht ein Junge Grau und kalt Die Treppe hinter ihm Ist dein erster Halt Hinter der rechten Ecke Schau die Straße dir an Ähm Tütschen Links findest du den Ort unseres Treffens So dann Also hier ja nicht Zur Straße So da ist eine Taverne Dort lässt manch einer Die Haut sich verzieren Wenn du die Hintertür findest Bekommst du einen Drink So erstmal die Vordertür Da ist nichts offen Der Kumpel hatte seinen Drink wohl schon Und da ist Big L's Tattoo Studio To Nukershine Okay Kann man da was machen? Nee Na dann schauen wir doch mal hin Suche nach Informationen Über Nukershine Hier wird keine Zeit Vergeudet Ich bin Vollzeit Und dieser Keller Ist das schickes Büro Oh Weißt du Für eine Millisekunde Habe ich gedacht Vielleicht ist er hier doch Tatsächlich mal Ein Mensch Sorry Dann suchen wir doch einfach mal ein bisschen Okay Ich heiße an Und getreten ist mein Fall Und der Rett ist voll ungrößt Meine Aufnehmerkammer fühlt sich so leer Oder ist es meine Anhäufungsschein Ist ein Drink, den sie da herstellen Du, ich meinte, das wäre sein Magnum Ich finde das schön Lass es gemeinsam hier durchkommen Also Ein Vorraum Mit ein bisschen Fernseher Und ein bisschen Dinger Das ist nett Auch vielleicht so zur Ablenkung Dann kommt der Partyraum selber Eine schöne Küche Man kann sich so was machen Das finde ich richtig nett Also falls man mal ein bisschen ausruhen muss Und der Lagerraum Da ist jetzt aber nichts Irgendwie klingen konnte Nee, brauchen wir nicht Und hier nochmal Eine Toilette Oh, gut Da Hat er noch irgendwas Dann gucken wir mal im Empfangsterminal Big L's Anzeigenentwürfe Alice, das habe ich bisher hinbekommen Ist gar nicht so einfach Sag mir, was du davon hältst Steve Printwerbung Entwurf 1 Lust auf Tinte? Dann besucht Big L's Tattoo-Studio beim Campus Und werdet zur Legende In dem es sich anfühlt Wenn die preisgekrönte Künstlerin Alice Big L Loveless Eure Haut mit jahrzehntelanger Erfahrung verschönert Printwerbung Entwurf 5 Fühlt ihr euch niedergeschlagen? Da hilft eine preisgekrönte Tätowierung Besucht Big L's Tattoo-Studio Und lasst euch von Alice Big L Loveless das Leben retten Printwerbung Entwurf 14 Und du warst fleißig Lasst euch hier ein Big L's Tattoo-Studio beim Campus Was netter stechen Außerdem stellen wir zur Zeit Werbetexter für Printmädchen ein Entmeldet euch Mich jetzt gefällt mir das mit der Person am besten Irgendwas Irgendwas Alice Big L Loveless Irgendwas preisgekrönt Irgendwas Big L's Tattoo-Studio irgendwas Lass euch bitte Tätowieren Sonst werde ich entlassen Entwurf 38 Ich hasse mein Leben Leute Ich möchte offen und ehrlich sein Wir haben jetzt seit einiger Zeit Probleme Trotz vieler Versuche Werbung Bei einheimischen Studenten zu machen Habe ich die Tatsache akzeptiert Dass wir nicht über das nötige Budget verfügen Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen Tut man als Tiefen erst nichts Persönliches Zum Glück haben mir ein paar geschäftsüchtige junge Leute Von der Universität ein extrem lukratives Angebot gemacht Sie mieten unseren Keller für einen anfänglichen Zeitraum von 10 Jahren an Ach nur anfänglich Und verschaffen mir damals so viel Geld Dass ich nie wieder arbeiten muss Falls ihr euch fragt was sie da unten verkaufen wollen Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal Ihr könnt sie gerne selbst fragen Ich bin auf Tahiti Man möge ihr wünschen Dass sie es da geschafft hat PS lasst den neuen Juka-Cola-Automaten Im Pausenraum in Ruhe Anscheinend steht der ja nicht für cooler Da soll einer Schall raus werden So Den neuen Juka-Cola-Automaten Im Pausenraum Der unscheinbar sofort hier am Anfang ist Lass den doch mal an Ach guck mal The new Juka-Shine Guck mal, da steht Blende ich da zu viel? Nö Hübsch Okay, das ist wirklich, 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 wirklich hübsch Bisschen Musik spielen Hallo Das wird schön Die Böden sind grün Die Böden sind blau Der Himmel strahlt wie die Sand Das ist auf jeden Fall irgendwer zu Hause Nicht, das wäre jetzt irgendwie an so einem kleinen Secret wie dem Rezept vorbeilaufen Nee Erstmal nicht So Hallo L Aber du bist nicht Big L, oder? Bist auf einen Blick Ich bin gar auf Züchte Und er hat nichts gegen Gesellschaft Na klar Entschuldigung Können Sie mich Können Sie mir kurz zu hart gehen? Ja Ja, 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 klar Ich bin da Und Alkohol Ist die Nummer eins Der Fuseltest Operierende Die ganz Erwählein Die ganz Erwählein Die ganz Happylein Das Hauptgetränk Nukaschein Ist seit langem Für einen L Qualitätstest Übergelegt Lern Sie so gut Und stellen mir eine Chance Nukaschein her Damit ich meinen Job mache Ja, natürlich Aber gerne Das Rezept liegt vor Aber Ich glaube Ein Teil davon Habe ich in diesem Verschlossenen Vorratsaugen Vergessen Ist ja ärgerlich Ich bin Al Alkohol Erinnerst du dich noch An meine letzten Worte Des eigentlichen Let's Plays Das ist das Was ich gemeint habe So ein DLC Es startet nochmal Quasi von vorne Du beginnst es Und die Frage ist Holt das Spiel dich ab Oder nicht Und ich würde sagen Dieses Spiel Das Also das Ziel Rückt mich Bis jetzt ab Okay Die ist die Liste Der Nukaschein Inhaltsstoffe Im Inventar Dann schauen wir Mit den Notizen Nukaschein Zutaten Teil 1 Ja, dann schauen wir nochmal Korn Razograin Wood Boiled Water Und Nuka Cola Quantum Also Korn Oder Klingenkorn Razograin Weiß ich grad nicht Oder ist das Klingenkorn Also Weizen Klingenkorn 5 Mal Holz 2 Mal abgekochtes Wasser Und Ein Nuka Cola Quantum Hallo Ne Verlassen Hallo Spiel Geht zum Terminal Okay Privates Terminal Kein Zugang Zu Wiederhandlungen Werden Strafrechtlich Verfolgt Beschränkung Vorratsraum An alle Ab sofort ist der Zutritt Zum hinteren Vorratsraum Ausschließlich Beschränkt auf Luis und mich Nukaschein ist auch weiterhin Ein Teamprodukt Aller Adpads Aber da wir jetzt Eine richtige Firma sind Gibt es Sicherheitsbedenken Und Vorschriften Aufgrund derer wir Unsere Politik Der offenen Tür Nicht mehr fortführen können Ich mag euch alle Muss aber darauf bestehen Seid professionell Und begreift Dass es zu eurem Besten ist Weiter einzuleiten Könnt ihr es leider nicht nennen Vielen Dank für eure Verständnis Judy Beschränkung L L ist ein Roboter-Prototyp Den Luis zur Unterstützung Für die Nukaschein-Initiative Besorgt hat Er kann alkoholische Getränke Aufnehmen Und Verstoff wechseln Es werden noch weitere Hinweise Zu seiner Nutzung folgen Vorerst solltet ihr aber Nicht mit ihm experimentieren Noch wichtiger ist aber Dass ihr niemandem Außerhalb des Projekts Von ihm erzählt Wie schon gesagt Kann ich erstmal Keinen weiteren Einzelheiten nennen Aber ich brauche eure Unterstützung Judy Sicherheits-Türsteuerung Der allgemeine Zugang zum Vorratsraum Wurde eingeschränkt Wenn sie sich bitte bei Fragen an Judy Epsi House Morgentown Findet die Film Den Lückaschein-Zutat Findet das Passwort Für den Vorratsraum So Finden wir das Im Idealfall hier Lasst uns gucken So Findet das Passwort Für den Vorratsraum Dafür müssen wir wieder raus Und bei der Zutat Bin ich mir auch ziemlich sicher Dass die Noch irgendwo zu finden ist Und damit diese Bühne So toll gefällt Pass mal auf Wir sagen Das war die erste Folge Wild Appalachia Ja okay Mit einem Stahlherz Das war die erste Folge Fallout 76 Wild Appalachia Schön dass du dabei warst Ich würde mich freuen Dich auch in der nächsten Folge Wieder zu sehen Und wenn dir Dieses Let's Play gefällt Dieses Video gefällt Lass gerne ein Kommentar da Oder eine Bewertung Also ich freue mich Über die Daumen nach oben Mehr Und wenn du mehr sehen willst Dann schau dich doch Euch auf dem Kanal Noch ein bisschen um Bis der nächsten Folge Mach's gut Hab einen schönen Tag Dein Niveau